hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren folge der mission throwdown mit mir dem engleich hier aus gilde 2 siege time gegen players only um platz 312 also dann greifen wir mal da unten das hees hier an das hees hier so dann schauen wir mal da oben wäre noch kunst gewesen machen wir angriff auf hause so gegen akma 90 eigentlich hätte ich mal gucken können ob ich nicht einmal karten habe die ich da reinpacken kann aber das ist natürlich genau da kann ich jetzt den bänder mit dem mr business einpacken schau mal bending school mr front world pool bobby rasen kostüm bin ich von allem nicht so begeistert also setzt sich einfach den neben dran und dann gewinnen mehr so also erstes match gewonnen stil 333 von players only so haben wir hier eine luis was not rocket oder was wollen wir denn eigentlich mock trial mock trial ist auch geil mock trial ist mega geil gleich wieder platz geschaffen auf dem feld zack und jetzt kommt noch der christmas punch out und das thema ist durch der kese ist gegessen so aber auch 61 das ding ist wenn wir ziemlich deutlich gewinnen sie noch zwei stunden zeit schihe rasade schihe rasade schihe rasade so und jetzt mal bobby so und dann jealous bobby herr gleich Schauen wir über Herrn Gleich. Ja. In die Kommentare. Ja. 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 Oh shit. Das Ding, das war weg. Das Match war verloren. So gegen Agman. Oldies with goodies. Also jetzt machen wir nochmal an mit der Luis. Bobby. Muss ich besser aufpassen, diesmal hier. Wieder die Mocktrial, Luis. Mocktrial? Mocktrial, oder? Mocktrial. Ja, Mocktrial. So, jetzt müsste ich aber doch durchkommen. Also wenn ich vier, dann haben wir zwölf. Das reicht doch, um den da oben wegzubekommen jetzt hier. Also. Ähm. Der kommt nicht ganz durch. Dann nehmen wir hier den Baseball Peter. Jetzt Not Rocket. Jealous Bobby. Und dann hat er gleich das nächste Match. Ja. Ja. Wenigstens das hier. Wenigstens etwas. Wenigstens etwas. Genau. So. Weiter geht's. Angar Rock. Stewie. Äh. Wir sind auf der Animal-Insel. Also nehmen wir auch eine Animal-Karte rein. Äh. Äh. Mit dem Hank Hill würde ich das heilen, würde mir aber jetzt auch nicht, glaube ich, wirklich viel weiterhelfen in der Situation. Das gefällt mir irgendwie gerade in der Situation ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. vielleicht kriege ich aber durch den punch genug da vorne music videos tut ganz schön weh ja das war wieder gegen diesen ich glaube doch ja da kannst du wenn der das sehen was ist dagegen machen ich fange jetzt und bänder dann machen wir jetzt hier bending school akturanisches kung fu kommt nochmal so jetzt hier ich hoffe jetzt nicht dass ich wieder diesen anderen typen da bekommen dann würde ich dreimal verlieren wahrscheinlich 378 ok das sieht er sieht locker aus 56 leben das ist jetzt nicht gerade beängstigend also dann können wir auch gleich wieder mit der bending school anfangen die wird da auch nicht mehr großartig gebremst snot rocket am start chicken fight und high school bill noch daneben dran dann haben wir das ding hier durch gegen 378 und nächstes match das muss aufpassen gegen wen penors sieht auch einfach aus ja also jetzt sage ich mal mit hip hop auf der ich hasse diese scheiß gas attacken das ist gerade nicht passiert oder was ist gerade nicht passiert hast du jetzt ja hast du auf brauny brauny hast du Moment Leute da muss ich mich zuschalten sorry Leute aber das ist jetzt nicht passiert oder ich muss es jetzt auch machen so ich habe hier gerade tausend müffig stone direkt bekommen wir machen jetzt wir machen jetzt wir machen jetzt die müffig auf ich würde sagen gleich willst du zugucken ganz kurz willst du ganz kurz denken ich gucke jetzt gleich zu ihr so ich mache jetzt erstmal den da weg gut jetzt komm so willst du zugucken da ist die müffig auch brauny da ist die müffig die nächste müffig 3,2,1 und? whoop was ist es? Stewie ja müffig Stewie nice okay oh mein Gott ich bin dran ich habe mir gerade zugedacht ja ich mache jetzt einfach mal so eine müffig also so ein super epipack auf und es kommt ihr wir müssen glaube ich auf meinem account super epipack aufmachen weil es kommen nur Legis gerade gerade eben habe ich 3 Packs aufgemacht 2 Legis echt? ja wir müssen das ja dann mache ich das bei mir auch so Moment warte mal Moment dann mache ich das bei mir auch hier soll es Leute ich habe mein nächster Mutzig ja geil na toll jetzt ist der erste aber abgekackt cool kannst du dich nochmal kurz eindocken warte mal ich muss ganz kurz mal erstmal überlegen hier weil sonst verliert ich habe ein ganz chaotisches Video weil die tausend müffigste und ich glaube dass das passiert gell da gleich ja da habe ich nicht mit gerechnet ich habe einfach schönes äh äh scheiße jetzt habe ich trotzdem dieses Drecksmatch verloren das ist der Match wieder verloren so sagenhafte Objekte herstellen dein mental ist voll natürlich für die müffig mache ich gerne so kannst du mich bitte erstmal wieder ja ich habe dir gerade gesagt du sagst mir die schon ist schon drinnen ist schon drinnen ich habe das gar nicht mitbekommen eben gerade ich war mitten im Match ja und ich habe eine müffig gezogen ja gleich Obra war ein ganz chaotisches Video schreib mal Hashtag komisch in den Chaos Hexipon ach jetzt ist mein Drogen abgekappt nach der Möffig muss mein Drogen abgekappt ja weil das war es war so spontan ich habe einfach mir gedacht ja komm mache ich jetzt einfach mal fahr sogar Epipags auf auf allen Accounts und BAM Möffig oh Gott ich habe es mir also das kann jetzt nicht sein es muss doch nur eine Möffig kommen und jetzt kommt der Möffig geil ich freue mich riesig für dich ehrlich ist mega nice mega nice dann wird Hass ich bekomme irgendwas zu recyceln mach mal die ganzen Commons soll ich mich dazu schalten dafür wozu zum recyceln der Commons nein nein hier zu herstellen ja natürlich ja dann komm natürlich schalte ich mit rein na klar hö ja so also herstellen 3,2,1 und breh ich habe doch schon so viel weggemacht dann halt noch die ganzen seltener ich habe doch so viel Platz jetzt gerade gemacht sagen hast du Objekte das kann nicht sein musst du gerade das dann eventuell so recyceln habe ich doch gerade gemacht ja wir müssen mal gucken wie viele du so und das Match jetzt auch noch gewonnen hier okay dann würde ich sagen dann mache ich das Ganze hier auch gerade mal ach was denn also hier haben wir jetzt auf jeden Fall 6.23 gegen 2.528 drei Inseln haben wir schon Plattform Gegner da wird nicht mehr viel passieren gegen Players das werden wir gewinnen das sind nur noch zwei Stunden nicht mal mehr ganz zwei Stunden das Ding holen wir ja würde ich sagen dann mache ich auch gerade mal hier wenn du sagst dass das gerade so geil läuft dann mache ich das doch auch gerade mal ich verballere gerade ein paar Karten dann mache ich das doch auch gerade mal hier mit rein so nicht in das Video oder doch wenn schon wenn schon wenn schon jetzt so eine Überraschung hier gerade dann machen wir das ja auch jetzt kann ich mal den Blick abholen Leute jetzt ist der Moment da warte mal hey gleich bevor du machst 3 2 guck mir zu 3 2 1 also ich fang jetzt auch mal hier an mit super phänomenalen Paketen gucken wir mal ich habe keine ich habe keine Comments und ich habe auch keine Ding mehr Raph Gamer Catlicking jetzt klappt es bei dir und da ist sie jawoll geil geil Stewie Stewie mit am Start jawoll ja und ich habe hier scheinbar nicht so viel Glück so wie es aussieht Stewie Stewie is in my deck I gotta research him ja bei mir hier kommt nur Scharott gerade bei raus bei mir war nie nur Scharott bei mir nicht hast du eine spezielle Reihenfolge gehabt ja was denn ich habe erst kurz ich habe erst in mein Deck geschaut also zuerst ins Deck schauen dann dann habe ich das auch gemacht ah ok also den Fehler den ich gemacht habe ich habe nicht zuerst ins Deck geschaut au B Na gut bei mir kommt jetzt hier wieder mal nur Scharott bei raus bei mir ne aiaiaiaiaia s keil I keil Ech Ich kann mich nicht beschweren dabei mega nice so jetzt gehen wir erst einmal ich muss hier noch Gems Wayne Ja, warum denn? Warum? Ja, für die Box. Ich weiß nicht mal ganz, 25 sind 7, 4, 7, 9, 9. Was? Wieso? Nein, ich bin... Nein, ich hab doch hier noch Belohnungen irgendwo wieder. Irgendwo sind mit Sicherheit wieder Gems mit dabei. Hattest du doch eben gerade auch gehabt. Ey, was ist denn hier? Ich hasse es, wenn das Tablet nicht reagiert. Das gibt's doch überhaupt nicht. So, okay, da sind wir irgendwo. Da geht's los. Also, aus dem Siege wird ein Pack-Opening. Aus dem Siege wird ein Siege-mäßig Pack-Opening. Naja, warum nicht? Mein Gott. Kann man auch haben. Kann man auch mal machen. Also, ja, das ist natürlich mega nice. Mit Stewie, ähm... Musste eigentlich Waffenkarten am besten erforschen. Warte mal, ich hab noch 1146 Gems, da mach ich jetzt mal eine Box aus. Laser... Laserwaffen Stewie ist schon ziemlich fett. Alles mögliche schon mit dem ist fett. Hm, naja. Oder? Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Also, Stewie hat jetzt nicht so mega... Allein die hat an sich es ein bisschen. Ja, natürlich. Natürlich. Ist das eine Müßig, ja? Ja, na klar. Erste Mal richtig eine Müßig gezogen. Über ein Super-Epic-Pack, ja. Eben. So, jetzt machen wir uns nochmal zwei Super-Epic-Packs auf. Und jetzt dann auch einer Müßig rausgegangen ist. Und da ist ein Wine-Bucket. Dann springe ich in der Ecke. Ach. Spring ich in der Ecke? Sprich. Hast du gerade gesagt? So. Jetzt koche ich das, das wollte ich jetzt machen. In der Box. Ja, das war natürlich jetzt mega nice. Oh, Axel, let's go! Ich habe jetzt diesmal nicht ganz so viel Glück, so wie es aussieht. Oh, Hank Hill auch noch. Hank Hill! Ja, der ist doch geil. So, dann... Hank Hill ist geil. Hank Hill ist geil. Also, das Pack-Oberling war schon schön, ne? Definitiv. Ja gut, mit einer Müßig ist immer schön. Oh, schon wieder! Was hast denn da... Wo hast denn die jetzt rausbekommen? Aus dem Golden-Turt-Pack? Mhm. Okay. Grand Okra. So. Also, bei mir... Alter, warum reagiert das nicht? Bei mir ist es richtig, ich habe jetzt noch 59. Ja, ja, du kriegst nächste Woche... Ja, du bist dann auch wieder in den Mai, aber ich komme schon wieder. Ja, wirklich. Oder? Wir müssen eigentlich 50 Stück sein, ne? Genau, genau in einer Woche. Genau, in einer Woche. Genau in einer Woche. Das bedeutet nicht, Montag. Oh Gott. Nächsten Montag kriegst du einmal fix. Drei mal fix. Wieso drei? Lord Universe. Brauch'n die mehr? Machen auf den 100. Stimmt, ja. Drei müffiks. Warte, am nächsten Montag streame ich das Ganze. Ich streame das Ganze live hier auf YouTube, wie ich drei müffiks ziehe. Ja, das ist, äh, ja. Ja, ja, das ist schon heftig. Bist du da dabei? Ja, selbstverständlich. Bist du da dabei bei den Streams? Also bei drei müffiks, da muss man mit dabei sein, ja. Also, ihr könnt euch auf einen doppelten Stream freuen. Einen Stream mit drei müffiks und hergleich. Oh, wegen dem muss man sich nicht freuen. Doch. So. Aber irgendwie kriege ich hier meine letzten Gems nicht zusammen, so wie es aussieht, für die Box... War da nicht irgendwas gewesen? Du hattest doch vorhin irgendwo noch Gems bekommen. Verdammte Axt. Das muss doch normalerweise... Das gibt's doch nicht. Ich will da auch mal meine Gems zusammenbekommen. Ja. Ich drehe es jetzt mal um, weil irgendwie... Toll, wenn du zum Dreher reagierst. Was ist das? Das Tablet ist so abbegriffen. Ich drücke jetzt hier 150... Wieso löschen? 150.000 Mal da unten drauf. Also, Leute. Ich muss mal ganz kurz das Fenster auf dem Arm wegmachen. Denn ich muss mir jetzt kurz ausloggen. Beziehungsweise ich logge mich jetzt noch auf meinem anderen Account um. Also, es wird ein XXL-Video jetzt gerade. 18 Minuten schon. Egal. Ich logge mich mal ganz kurz um. Ich kriege gerade hier Akkos, ey. So, dann muss ich mich noch mal ein bisschen einbauen. So, denn jetzt geht's los mit dem nächsten Account. Jetzt... Ja, gleich ist es noch am Belohnungen abholen, weil der gleich Tablet ist so geil. Bei mir ist dieser Belohnungsabholen... Ach, jetzt geht's gar nicht mehr. Cool. Cool. Juhu. Welcher Account? Also, 100. Okay. Brrrr. Ich kümmerle mich dann drum. Okay. Ja, gut, dann gibt's nur noch Single-Folge. Ah. Ja, erst mal wir nochmal noch ganz kurz neu starten. Ganz kurz. Äh, äh, Herr Gleich, loggen Sie sich bitte nochmal. Ja, ich bin ja eh noch hier am Belohnungen abholen. Ja, trotzdem, können Sie sich jetzt auch da angucken. Wie du fünf Milliarden, jahrelang Belohnungen abholst. Wie ich? Ah, da oben. Ah, genau. Durch die Connectivity-Issues. Ja, es kommt Ich, Juhu. Ich, Juhu. Ich, Juhu. Ich, Ich, Juhu. Ich, Juhu. Jetzt geh da rein in den Ersager. Ja, ich geh da rein. Dadurch krieg ich die Gems, weil sie wieder mal Bockmist gebaut haben. Ja, wieso? Ich geh da rein. Das, man hat's schon. Nein! Toll! Warum? Kaum, kaum sagt man, dass sie wieder Bockmist gebaut haben, ich stürze das Spiel auch schon ab. Ich glaub, die haben so eine eingebaute Spracherkennung drin. Ja, glaub ich auch. Ja, auf jeden Fall. Bockmist, 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 boof! Extra, extra für Befort und Gleit. Ja, Bockmist, Bockmist, Bockmist. Übrigens, für was wollen wir uns noch bedanken? 650 Abonnenten. Ja! Oh! Was denn? Oh, ich hab gerade... Brauchst du? Ja. Gerade mit Magenkrampf. Magenkrampf? Ja, ja. Das hat jetzt richtig gezogen. Brr. Gut, ähm, Herr Gleit, das Spiel ist gleich schon... Da, der kann ja schon mal den Ersten dran gehen. Wenn er gerade... Ja. Ich bin doch drin im Erster, aber... Ach, okay, gute Warte. So. Ja, da gibt es der Herr Gleit. So, also, jetzt noch mal... Jetzt kriege ich die tolle Belohnung für den Bug. Ey, das ist brutal, ne? Guck dir das mal an, ne? Aber da bin ich ja... Irgendwo bin ich ja hier schon. Da bin ich... Ich bin ja gleich durch. Gleich durch. Und da gibt es noch... Oh, von dem anderen Rumble noch die Belohnung. Juhu, yippie, oh, yay. Und gleich kriege ich noch die... Du darfst nicht so laut reden. Das ist immer steuert wie sonst was. Yippie, oh, yay. Ja, also, brauchst du jetzt auch nicht reden. Yippie, oh, yay. So, und da kommen jetzt die... Jawohl, das sind die 100 Gems. Alter, hat er. Hatte ich in der Schule gehabt. Warum nicht, haben wir uns nichts hier mit Magen-Darm oder so eingefangen? Nee, hatte ich... Aber hab ich es gehabt vor... Hatte auch schon mehrfach... Ja, bestimmt schon vor ne... Vor zwei Monaten, da hab ich im Religionsunterricht gesessen, hab das angefangen, dann hab ich mich abholen lassen. So, also, jetzt noch zwei Stück und... Na, drei Stück noch und dann... Drei Belohnungen noch und dann hat er... Fünf... Zehnmal hat draufgeklickt auf diesen... Übertreib mich. Fünf Stück waren's, mindestens. Ja, fünf Stück. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Alter, ich rasch aus. Mein Tablet reagiert nicht mehr drauf. Das sagt, du hast so viele Belohnungen, spinnst du. Jetzt hat's auch mal nie funktioniert. So. So, also. Ist das ein schnelles Tablet, Leute. Gleich hat er nach so 15 Minuten auch seine Belohnungen abgeholt. Jetzt kann er auch mal... Jetzt gehen wir auf die Gems. Wie viel müßtig sonst hast du eigentlich? Wie viel müßtig sonst du hast? Äh... Noch nicht genug. Sonderangebot. Und hier rein und... Bääm. Noch nicht genug. Nein. Und jetzt gucken wir mal. Und? Und? So. Fischst du, bei mir kommt's, ne? Dafür krieg ich aber jetzt hier... Guck mal, dafür krieg ich nur drei Epics. Das kann doch nicht sein, dass er die müßtig sonst... Ja, dafür krieg ich aber nur drei Epics. Das krieg ich doch nicht. Nur drei Epics hab ich jetzt bekommen. Aber 36 müßtig sonst. Toll, die 36 Mythic Stones, die helfen mir jetzt sehr viel. Wir hätten tauschen müssen. Ich hätte gerne die Lechis gehabt und du hättest gerne die Mythic Stones gehabt. Nee, eher weniger. Weil ne Woche kann ich warten, dafür hab ich so mehr... Ich wollte nicht mehr. Dankeschön. Dankeschön. Nee, ich krieg jetzt hier nur Schrott. Weil du alles abgesahnt hast, Mann. Ich hättest nicht machen dürfen jetzt. Ich hätt mir gleich denken müssen, der Herr sofort... Oh, ich krieg mal ein Bandit. Der Herr sofort hat natürlich wieder alles Tolle abbekommen. Ja, dann krieg ich wieder nix mehr. Du weißt schon, wie in welchem Spiel, gell? Ja? Du weißt schon, wie in welchem Spiel? Wie in welchem Spiel. Throwdown. Nein. Was? Ich versteh nix. Ich versteh nix. Ach so. So, das war mal wie der Käseschrott hier. Käse? Käseschrott. Absoluter Käseschrott. Übrigens, die Woche hätte ich auch noch warten können. Aber er kann nicht jetzt mal warten. Ich darf aber noch mit Tune. Ich schnaß eigentlich. Ja. Toll, jetzt krieg ich noch ein Truth-Hahn-Tanz. Jetzt krieg ich hier wahrscheinlich auch nur Schrott bei raus. Toll. Super. Und noch ein Karaoke-Kahn. Toll. Ich bin total begeistert. Rubber-Neckers. Super. Hallo. Toll. Oh, die war ja lila. Oh, ne Furzschule für Hochbegabte. Juhu. Ja. Und noch ein Karaoke-Kahn. Ich bin total begeistert. Und, 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 und noch ne Typisch-Mädchen. Toll. Das ist die Karte, die ich mir immer am meisten gewünscht habe. Typisch-Mädchen. Juhu. Ich hab mir nicht Müssig-Karten. Noch ein Kraftstab. Ich hab ja Karten gebracht. Nein, es hat mir auch tatsächlich gar nichts gebracht. Lieber Hetchi-Letchis gehabt. Wie viele Müssig-Stones hab ich denn? 367. So, also jetzt kommt noch vier Letchis mit hinzu. Noch ein Wine-Bucket. Das ist gut. Ding. Kann ich dann wenigstens noch, ähm, da noch ein Roger. So. Roger. Roger. Und die habe ich doch, glaube ich, sogar aktuell drin. Das ist gut, glaube ich. So, warte mal, jetzt gucken wir mal hier. Warte mal. Und noch die Schimaske. Gehen wir mal, es deckt ganz kurz rein. Ade. Das war jetzt gar nicht... Das Ende war nicht so schlecht. Aber die habe ich ja safe gehabt. Wo ist's? So wurde mal. Also jetzt gucken wir mal ganz kurz da rein. Du musst mich doch erst, da kann dann auch noch ein Opening machen. Nein, da muss ich kein Opening machen. Nein, da mache ich kein Opening. Nein, ich mache kein Opening. Nein, mache ich nicht. Nein, mache ich nicht. Mach ich nicht, weil ich muss noch machen, das Siege. Na und? Ja, ja auch. Siege ist... Siege ist viel, viel Wichtiger. Den Team kannst du auch noch machen, aber du kannst auch Packen. Dann habe ich die Furzschule... Oh, die Furzschule kann ich jetzt sogar Quad-fusen. Wow. Vor allem, ob hast du schon die... Bitte die Furzschule gezogen kannst? Und ich brauche die. Warte mal. Ja gut, die habe ich ja meistens auf meinem Erst-Account gezogen. Ja, die hatte ich ja immer verfolgt. Ja, aber ist geil. Inzwischen habe ich sie schon fast zweimal Quad-fusen. Das ist super, oder? Ist geil. Ist nicht geil. Doch. Echt? Ja. Ja, ich finde die Furzschule ist mega. Gerade. Doch. Ohne Scheiß. Ja, fandst du die immer doof? Ja, damals fand ich die doof. Jetzt finde ich so mega. So, guck. Guckst du. Kannst auch jetzt noch achtmal ziehen, oder? Die könnte ich jetzt noch zehnmal ziehen. Warte mal, warte mal. Das habe ich, glaube ich, auch hier. Komm schon, oder? Nee, habe ich, ach, das habe ich auf meinem Erst-Account. Oh, oh mein Gott. Komm schon, habe ich auf dem Erst-Account. Du hast ja da die Luise als zweiten Mitglied. Luise ist aber gut, ne? Luise, ja, 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 ja. Luise ist gut. So, Skimaske, toll. Sport, sport. So, okay. Alles. Ich glaube, bei sagenhafte Objekte noch, bitte. Bei sagenhafte Objekte? Ja. Ich glaube, sehr viele Leute haben den Bumbo und den Quaggmeyer. Ja, ja. Also, glaube ich, wenn ich mich nicht auf dem Ullock hat, auch da... Wie viele gibt es denn inzwischen? Zwo, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Zehn. Okay. Ja, das war es dann jetzt hier von diesem Siege-Pack-Opening. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns mal, liked, schreibt uns in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut uns das nächste Mal wieder ein. Ist das auch ein, nicht? Wenn es wieder ein ist, dann bin ich so, nicht so, nicht so. Bis zum nächsten Mal.